Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf TheOminecraft. Einige Leute haben mich gefragt, wie funktioniert denn das hier? Das ist eine Tür, die sich in meinem Redstone-Haus befindet. Und diese Tür, die öffnet sich nur, wenn der Spieler mit dem Namen TheOminecraft durchgeht. Von der anderen Seite kann jeder andere Spieler durchgehen. Und ich möchte euch in dem heutigen Video zeigen, wie ihr, auch wenn ihr keine Ahnung von Command-Blöcken und sonstigen Sachen habt, diese Tür bauen könnt. Für die Tür ist tatsächlich Command-Block-Technik notwendig und zwar nur ein einziger Command-Block. Wenn ihr nicht wisst, wie man den bekommt, ihr braucht Cheats-Commands, das heißt ihr müsst Slash-Gif eingeben können. Wenn ihr das nicht könnt, könnt ihr auf Open to LAN drücken, Allow Cheats on und Start LAN World. Dann könnt ihr so lange Cheats eingeben, bis ihr die Welt wieder schließt. Also Slash-Gif, Leertaste. Dann drücken wir Tab, um euren Spielernamen zu bekommen. Dann Command, drücken wieder Tab, der Befehl ergänzt sich, Enter. Und wir haben ein Command-Block. Wenn das euch zu schnell ging, einfach das hier abtippen, nur bei Stadion-Minecraft euren Spielernamen reinschreiben. So, wunderbar. Aber jetzt müssen wir erstmal unsere Tür bauen. Das heißt, wir gucken, das hier wird später unsere Tür. Okay, wunderbar, eine Doppel-Eisen-Tür. Die können wir mit Pressure-Plates vor der Tür und hinter der Tür natürlich bedienen. Aber zunächst regt uns die Tür auf, weil die viel zu schnell zugeht. Und ihr seht, ihr kennt ja das hier, dieses gute alte Tür-Glitch in Minecraft. Und das regt einfach nur auf. Deshalb bauen wir eine kleine Technik. Und zwar brauchen wir erstmal einen Türrahmen. Das ist ganz wichtig. Und jetzt bauen wir in den Boden folgendes. Das könnt ihr so eins zu eins abbauen. Und wir haben jetzt später hier unsere beiden Druckplatten. Und unter den Druckplatten wird dann an dieser Stelle Redstone sein. Dann Comparator. Einer zeigt so. Der andere zeigt so. So, so, so. So, Strom, 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 beziehungsweise eher Redstone-Verstärker. Und fertig. Das könnt ihr im Prinzip eins zu eins so abbauen, wie es jetzt gerade hier gebaut ist. Und was macht das Ganze? Wenn wir jetzt hier Druckplatten haben, ich gehe nur auf eine Druckplatte auf, drauf. Beide Türen öffnen sich. Und sie bleiben noch einen Moment geöffnet, was durch diesen Kondensator, wie er heißt, dort realisiert wird. So, von dieser Seite soll sich die Tür nicht öffnen, nur wenn ich mit dem Spielernamen durchgehe. So, ihr seht, die öffnet sich aber. Das heißt, wir müssen diese Druckplatten so weglegen, dass die nicht direkt mit der Tür verbunden ist. Was jetzt der Fall ist. Ihr seht, jetzt geht die Tür nicht mehr auf. Gut. Auch hier müssen wir den Boden erstmal ausgraben. Zwei Blöcke tief wird vollkommen ausreichen. Denn jetzt müssen wir die Command-Block-Technik reinbauen. Also, hier wird unser Redstone später sein. Ihr seht, die Druckplatten öffnen nicht die Türen. Also, wunderbar. Und wir setzen nun hier unseren Command-Block hin. Von dem Command-Block geht ein Redstone-Comparator hier hin. Dann einen Block hier hin. An den Block eine Redstone-Fackel. Dann müssen wir noch ein bisschen hier zur Seite graben. Und zwar zwei Blöcke zur Seite. Bauen nun an dieser Seite einen Kanal, der hier hinführt. Dann sieht das Ganze von oben gesehen so aus. Könnt ihr im Prinzip eins zu eins nachbauen. Und wichtig ist, dass jetzt auf eurer Seite hier diese beiden Redstone-Blöcke sind. Und hier eine Fackel hinkommt. Und wenn das bei euch andersherum wäre, also dass eure Comparator so ausgerichtet werden, dann müsstet ihr das Ganze einmal spiegelverkehrt bauen. Ich hoffe, das kriegt ihr hin. Aber ansonsten, wenn ihr sicher gehen wollt, einfach eins zu eins nachbauen. Damit kann man nichts falsch machen. Wie dem auch sei. Fakt ist, durch diese Fackel, die hier gesetzt wird, sollte eure Tür aufgehen. Tut sie das nicht, habt ihr irgendwas falsch gemacht. So, jetzt verbinden wir das Ganze so mit dieser Fackel. Graben noch einmal hier einen Block tief an den Boden. Setzen hier unten einen Repeater auf Stufe 3 von 4 hin. Hier eine Fackel. Und damit wäre die Technik auch schon fertig. Ich gehe auf die Druckplatten und ihr seht, es passiert nichts. Außer der Command-Block macht diese Fackel aus. Denn wenn diese Fackel aus ist, also diese Fackel ist aus, kann gleichzeitig diese Fackel ausgehen. Und wenn diese ganze Redstone-Leitung ausgeht, geht die Tür auf. So, jetzt können wir in den Command-Block was reinschreiben. Und zwar test for, test for. Ganz wichtig, jetzt müssen wir folgendes schreiben. Wir können nicht einfach add p schreiben. Okay, jetzt testet er für den nächsten Spieler. Ich bin der nächste Spieler, jeder Spieler kann durchgehen. Ist er auch dämlich. Nein, wir müssen dort irgendwie den Namen. Okay, gut, test for the Yo-Minecraft. Müsste doch theoretisch gehen, oder? Wir gehen rein. Oha, es funktioniert. Aber, was ist, wenn ich jetzt da hinten stehe und ein anderer Spieler geht hierher? Der andere Spieler geht jetzt auch hierher. Der Command-Block findet mich zwar da hinten, dennoch kann ein anderer Spieler durch die Tür gehen. Das heißt, wir müssen sagen, The Yo-Minecraft, der sich in der Nähe dieser Tür auffällt. Also, wir müssen sagen, The Yo-Minecraft, der sich in der Nähe dieser Tür auffällt. Das sage ich mit Radius. Das heißt, Radius gleich, sagen wir mal, vier. Das heißt, The Yo-Minecraft, solange er sich im Radius von vier Blocken um diesen Command-Block auffällt. Und wir sehen, es funktioniert nicht mehr. Mist. Wir müssen es doch irgendwie hinkriegen, dass das der Command-Block überprüfen kann. Und das geht, aber leider ist das nicht so leicht. Wir müssen das nämlich ein bisschen anders schreiben. Test4, Add Entity. Typ gleich Player, Name gleich The Yo-Minecraft, beziehungsweise an dieser Stelle euren Spielernamen selbstverständlich hinschreiben. Dann Komma, Radius gleich, sagen vier. Okay, drücken Enter, Enter fertig. Jetzt müssen wir gucken, dass wenn ich auf diese Druckplatte gehe, die sich die Tür öffnet. Das tut sie, wunderbar. Und ihr seht, damit ist die Tür fertig. Jetzt können wir das Ganze nur noch abschließen und die Technik schön zumachen. Und die Tür ist fertig. Nur ich kann durch diese Tür durchgehen. Nur ich. Wenn wir jetzt allerdings nur mal einen anderen Spielernamen dort reinschreiben, beispielsweise, ich gehe in den Command-Block und schreibe nicht The Yo-Minecraft da rein, sondern ich sage, diese Tür, die ist nur für Markus Persson, sondern Notch. So. Für den Erfinder von Minecraft. Ich sehe, ich gehe über die Tür und komme nicht rein. Tja, hab Pech gehabt. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bis bald und ciao. Ciao.